Servus, das ist der Steine Chris heute mit dem TRX6 auf dem Waldweg mit Kamera von innen nach draußen und als hätten wir einen Rückspiegel mit der Ansicht von drinnen nach draußen Musik 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 Ich hoffe es hat euch gefallen Ich wollte mal was anderes machen Ich finde es halt schade, dass diese Karosse so Milchglas hat Mal gucken, ob mir da nochmal was besseres einfällt Um eben dieses nach vorne First Person und nach hinten Rückspiegelansicht noch was besseres einfällt Von der Kameraposition her oder anderes Kamerasystem Mal schauen Lasst gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat Und einen Daumen, je nachdem Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit Bis zum nächsten Mal, euer Steine Chris